hallo heute hier bin ich schön zu willkommen bei metalgear online wir spielen clock in der gar und jetzt geht's los wir holen uns die datenlist warte muss ich auch immer wieder neu einstellen sagt bloß dies unten es gibt hier so eine passage nach unten Ich muss die gerade so ein bisschen suchen. Verdammt. Oder sollte ich doch vielleicht nach oben gehen und versuchen die auszuschalten. Die Gegner wäre natürlich auch eine gute Idee. Ja mit so einer Sniper ist das natürlich auch hier gar nicht mal so schlecht. Das ist jetzt auch gar nicht mal so schlecht. Ah, da war jemand. Das ist jetzt hier die, gucken, dass wir hier, da, ne, ich dachte, da war es. Dass wir die ausfällig machen. Okay. Okay. Okay, hier ist auch noch eine. Guckt man da auch anders rein? Ja. Von hier irgendwie, oder? Ja, stimmt. Naja, theoretisch könnte man auch hier auf der Lauer legen. Sogar noch besser. Und wenn die dann kommen, zack. Hier wäre eigentlich auch geil, weil dann sieht man hier sogar richtig. Wenn man von da kommt, dann hat man den hier, aber wenn man von da kommt, dann hat man den nur, muss aufpassen, dass die einen früher sehen. Ja, ich sag mal, bis jetzt, zeitlich geht's auch noch. Das ist nicht gut. Das Problem ist, ich will auch nicht dann immer zu den jetzt dahin rennen, weil sonst kann man ja die Chance nutzen, ne, und dann will ich auch mal so lieber versuchen, hier auf meinem Posten mehr oder weniger zu bleiben. Okay. Wow. Wow, den hab ich jetzt. Der kam jetzt richtig plötzlich. Aber genau, wo wir uns auf den Weg gemacht haben, zack, kam der auf einmal. Vielleicht hat er auch die ganze Zeit auf uns gewartet, bis wir irgendeinen, ja, einen Fehler machen, so. Und dann, wo ich den gehört hab, wollte ich den angreifen, aber da hat er mich schon gepackt. Oder vielleicht hat er da auch, weiß ich nicht, kann ich jetzt so nicht genau sagen, aber das war echt ein Halunke, ein Halunke war da ein richtiger Halunke. Ja, aber hat er nicht schlecht gemacht. Hut ab. Hut ab. Hut ab. Warte mal. Ja, komm mal her. Und wie ich unser Glück kenne. Ja. Genau. Da haben wir so richtig den Hintern versucht. Das war, ich sag mal, wenn man so sieht, wie lange die Zeit wir für die gebraucht haben. Und wie schnell das bei uns zu Ende war, ne, so. Oh mein Gott. Also, das ist jetzt eine schlechte Bilanz, Freunde. Ja, die ist jetzt eine schlechte Bilanz. Ja, vielleicht sollten wir doch mal was anderes machen. Warte mal, wir hatten ja jetzt in der letzten Folge, also nicht in der letzten Folge, aber so, davor hatten wir ja jetzt Bounty Hunter, würde ich mal sagen. Vielleicht sollten wir mal hier mit ComControl versuchen. Ich glaube aber, da müssen wir dann einmal den Charakter switchen. Das ist ja kein Problem. Ja, wobei ich glaube, da lohnt sich jetzt für die restliche Zeit keine neue Runde zu suchen und ComControl dann zu machen. Ich glaube dann, je nachdem, dann vielleicht kann man dann hier nochmal eine Runde einen Versuch wagen. Ja, vielleicht kriegt man hier noch eine Runde zumindest hin. Gucken wir mal. Oh je. Ja, mal gucken. Das ist halt immer so bei ComControl. Ja, wobei, bei jeder Runde ist das ja eigentlich so ziemlich, äh, nicht berechenbar. Also, ich meine, man kann da jetzt mit der Zeit gut arbeiten. Oder man macht das jetzt so, dass man das auch unterhalb der Zeit immer schafft, ne. Ja, das kann man jetzt nicht so voraus an. Ja, Wegweichen auf jeden Fall wieder anders. Gucken wir mal, ob wir jetzt wieder schnell den Hintern versucht bekommen oder nicht. Warte! 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 Hm, kann sein, nicht mehr jetzt die höchste Route hier suche, aber ich versuche es mal. Ich habe keinen Bock den Gegnern da jetzt so in die Arme zu laufen. Boah! Direkt ein Schuss, ey. Nein, ey. Und ich dachte, ach, vielleicht sieht er mich nicht, ey. Boah, ey. Ach, Freunde, tut mir leid, ey. Ich dachte, ach, vielleicht sieht er mich nicht, vielleicht kann ich mich dann so, aber... Ja, ich hätte da... Ja, deshalb immer so... Wisst ihr, wenn man erst mal denkt man sich so hinterher so, ja, ist man klüger und so, ja, aber wenn man dann mitten im Game ist, dann will man... Ah, jetzt aber versuchen doch am... Das ist eigentlich so ein Geduldspieler irgendwie auch, aber... Da bin ich leider nicht so immer der Geduldste und bin dann immer so... Der versucht dann immer doch, auch da läuft einer... Immer der versucht dann doch irgendwie dann, ja, da zu schaffen. Mal gucken... Da sind noch zwei Leute da... Hm... Guck mal, was der andere macht... Oh... Der ist sogar ziemlich... Oh, der ist sogar ziemlich dicht dran an der Disc... Ah, der andere Kollege ist auch schon gestorben... Na... Ja, und da sind noch alle erhalten... Ja, gucken wir mal zeitlich, wie das hinkommt... So, noch ist nix verloren... Oh, das ist eigentlich auch ziemlich clever... Gucken wie man kommt und den von... Problem ist aber immer, wenn zwei kommen, dann muss man immer so ein bisschen gucken... Da mehrere... Ja, eigentlich gut wäre das ja auch so, das gegnerische Team auszuschalten, aber... Leider hat man da nicht die... Ah, da läuft einer... Leider stelle ich mich da denke ich mal nicht immer so toll an... Ja, genau, jetzt kommen fünf Leute oder so... Und dann... Ja, ich stelle mich da leider nicht so optimal an... Also... Muss ich noch üben... Aber jetzt genau in so einer Situation, wo er jetzt gerade voll viele waren... Da macht's dann auch nix, aber da muss man still bleiben... Also sonst ist da auch alles futsch... Aber jetzt frage ich mich, okay, was macht der jetzt hier so? Will er jetzt hier nicht irgendwie mal was starten? Oder er gehört natürlich zu seiner Taktik, zu seinem Plan... Ja, ich wäre wahrscheinlich wie so ein Beklopter jetzt auf die Diss zugerannt... Naja gut, ich weiß jetzt nicht wie das wird... Ich mache mal jetzt kurz einen Break, damit wir noch schnell für die nächste Folge vielleicht die Konklusion sehen... Macht's gut Freunde, bis zur nächsten Folge! Tschüss!